So, aber der scheint ja jetzt irgendwie krass aufgeladen zu sein, wa? Fällt mir auf, ich hab bloß drei Sphéroiden. Ich brauch hier fünf, ne, oah, doch, äh, fünf, sechs Symbole sogar. Also ich muss offenbar erst sowieso hier durch. Vielleicht ist es jetzt entsprechend gar nicht das Geheimnis, was ich gerade gemacht habe, sondern einfach nur der reguläre Weg, die ich nicht gebrauche, tatsächlich, ja? Ähm, ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es einfach mal. Und, äh, mach da mal weiter. Nie, gar nicht wahr, siehst du, ich brauch ja hier. Der geht ja nach vorne weg. Doch, einmal weniger, jetzt brauch ich hier vier Stück. Dennoch hab ich bloß drei, also, so oder so. Komm ich damit nicht weiter, aber ich glaube mal, das Ding werde ich wahrscheinlich vorne wieder brauchen. Also, guck mal her. Lass dich ein bisschen verschieben. Schieb, schieb, schieb. Komm ich hier durch? Nein. Komm ich nicht. Ich brauche... Ich muss hier halt jetzt... Okay, ähm, schön. Zurück, bitte. Wie komme ich da nicht jetzt da lang? Ist da wahrscheinlich eine Halterung drin? Nein, das daneben wollte ich haben. Thank you! Ich kann was raten, das hier... Nee, da ist keins. Tja, wenn ich jetzt hier mit Energie belade? Na, na, na. Bringt das was? Nein. Ha. Na, top Sache. Wenn ich jetzt rausnehme, ist der dann immer noch offener Eingang? Muss ich gleich mal probieren. Lass mal du rein. So. Zoom, zoom, zoom. Jetzt brauche ich da nicht bloß noch den... Oben rechts, für den unten links. Also ich hoffe mal stark einfach, dass das Ding jetzt offen bleibt. Ansonsten weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Nein. Das passiert nicht. Hä? John, weiß ich echt nicht, was ich jetzt tun soll. Kriege ich das Ding jetzt da weg. Weil das ist ja auch Energie hier, oder? Vielleicht, wenn ich... Die Dinger reinhaue. Ich habe ja Platz für zwei in dem Dingens. Wenn ich die erst da reinstecke... Und den da rein schiehe, wird aufgeladen. Und die beiden leuchten auch ganz krass. Der ist toll, eh gerade ich hatte beim reinstecken. Das ist jetzt eine Idee. Ich gehe mal auch stark davon aus, dass die jetzt nicht verschwinden, wenn ich... Äh, den da rein schmeiße. Mal gucken. Bin gespannt. Das ist gerade die beste Idee, die ich habe. Hallo. Ich frage mich, ob ich mal so eine komische Aufgabe überhaupt machen soll, als Medium. Ich meine, was bringt einem das, wenn man so ein Aufgaben meistert? Also... Prüfungsgedönszeug hier. Schrecklich. Weiter mal kurz, wird davon immer nur auf links schieben. Weiter fest schon aus, weil... Jetzt. Das war ja auch so eine Art Vorricht und die jetzt aktiviert gleich. Nein. Okay. Ach, toll. Und hier ist noch beide dran, dass ich mal an, die werden auch drin bleiben, wenn es runterfallen ist. Also ich werde die Garantiet nicht verlieren. Weiter. Ja, das schierig zu sein, tatsächlich. Okay. Soweit sie gut hat. Die beiden aufgeladen nehme ich an und ich kann sie jetzt... Oh. Das habe ich jetzt so gar nicht kommen sehen, tatsächlich. Äh, nee, wollte... Ah. Okay, aber... Hm. Gut. Ähm. Ja. Läuft, ne? Aber wenn ich jetzt hier das Ganze anmache, dann... Ich will aber ja das Geheimnis noch finden. Trotzdem aktiviert da vorne das Ganze jetzt. Und wann und wie und wo bekommen wir jetzt ein Geheimnis, Leute? Ich will ein Geheimnis haben, bitte. Ich will mir immer noch was fehlen, oder wie? Oder das Innere des Auges, also wollte ich doch noch einen mehr, als ich dachte hierfür. Achso, der kann ich den dafür nehmen, logischerweise. Haha. Das brauche ich denn ja nicht mehr. Hm. Weil ich weiß, wie ich das lösen kann, das Ganze. Aber ich will ja das Dingens haben. Das Geheimnis. Beim besten Willen, kein Plan, wie ich zum Geheimnis kommen soll, hier. Das ist ja blöde. Aber die Resen sind echt nicht leicht zu lösen in den Tempeln. Also, so wie den folgenden Tempeln, ich denke, dass ich dieses Ding dann darauf schieben soll, auf den Leuchtedingens. Das kannst du hier gar nicht sein, denn ich kann es ja nicht in Schieber von der Treppe, der am Weg ist. Ja, tue zu, hilft ja nichts. Warte mal eben. Komm mal her. Ich möchte ihn gerne dafür das obere nehmen. Da unten haben wir ja zwei gleiche, oben haben wir einen speziellen quasi. Deswegen möchte ich den hier unten ansetzen, den anderen oben. Hat vielleicht was mit der Lösung zu tun, aber vielleicht auch mit dem Schatz fast. Wenn du es quasi jetzt so machst, oben das Spezialding ist noch, ist, dass da dann entsprechend sich ein Geheimgang auftut, oder keine Ahnung was. Ich hoffe es aber mal. Wie so oft weiß ich sonst nicht, was ich jetzt hier... Also, ich... Hab doch eigentlich alle Würde, die ich jetzt hatte, ausgelotet. Naja, jetzt fertig bin ich mit dem Dungeon, ist das doof, weil dann... Da geht es weiter offensichtlich. Ach, mein Ding ist es auch weg jetzt. Alle sind weg, bis auf den superleuchtenden. Komm mal zurück, du Vieh. Geht auch nicht mehr. Ich möchte ihn gerne mitnehmen. Oh. Toll. Also, alles quasi ungeschehen gemacht. Wenn ich jetzt den hier wieder einsetzen würde, eigentlich. Das hab ich auch noch gar nicht gemacht. Ich muss nochmal zurück. Ob ich jetzt nochmal so ein Ding jetzt anmachen kann? Ob ich da alles so superleuchtend hinkriege? Ich hab echt Angst, jetzt das Ding jetzt zu berühren, da reinzugehen, und ich bin fertig mit dem Tempel. Das will ich ja nicht. Ich will das Geheimnis haben. Oh, also echt, dass diese geheime, bis jetzt zu bekommen ist, nicht so leicht. Zumal es auch kein Schweißweißweiß. Kein Schweißweißweiß, so richtig, dass man das holen kann, soll, muss. Ne. Bleibt reaktionslos hier. Na gut. Vielleicht, wenn nur das Auge aktiv ist. Es sieht irgendwas. Ich muss jetzt mal auch... Ich muss echt ausprobieren. Ich hab keine Ahnung. Nimm weg. Flügel weg. Aber sonst passiert nichts. Na ja, gut. War zu erwarten, aber wie gesagt... Testen kann man es ja. Ich bin schon enttäuscht, muss ich sagen. Da ist echt das... Ne, Rätseln kriege ich eher hin. Hätte mal an der Lösung gucken sollen vorher vielleicht. Weil ich könnte es immer auch tun, logischerweise, aber... Da müsstet ihr auch dafür pausieren, das will ich auch nicht tun. Hm. Na ja. Oder... Komm, jetzt einfach hier... Warte, kann es sein, dass jetzt die Mitte da einfach nur ein Teleporter ist, wo ich nach... Wo alles gekommen ist, hier das Geheimnis tatsächlich drin ist. Zum Wohl berühren. Ach, guck einer... Hm. Das audio ist... Ich schatz, das verrietig ist aber nicht. Ich muss in die Mitte gehen und das habe ich am Schiffen, weil ich nicht tun jetzt. Da würde ich jetzt irgendwie irgendwas irgendwie... Irgendwo irgendwie irgendwie... Nein, natürlich muss ich da nichts. Okay, ja, jetzt nochmal zurücksetzen, das Ganze. Würde ich behaupten. Äh, geht aber gar nicht mehr. Okay. Achso. Da kann ich es noch reinsetzen. Kann ich ja, brinke wieder mal nichts. Ich nehme mich raus. Symbol verschwitzt jetzt, oder was? Jawohl. Sehr gut. Das wollte ich ja. Also, jetzt nochmal weg geht das Ding ins. Ich brauche mich garantiert... Das Teil... Um es hier reinzusetzen und dann irgendwo hinzuschieben. Klopp. Oder? Jetzt auf das Sonnensymbol setzen. Dafür die Sonne vorher noch anmachen wieder. Klopp. Das ist das gleiche Symbol wie das Geheimnis-Dingel gerade an der Wand. Also, hier oben dran ist das Symbol. Was ist das, ja? Wenn ich das jetzt einfach mal da reinschiebe... Wie vorher auch schon. Was passiert dann? Nix. Hat das schon mal falsch gewesen? Kann ich hier noch was reinsetzen? Ich darf das Sonnensymbol reinhauen. Das aufgeladene Ding ist, meine ich. Na. Mal gucken. Weil ich glaube, es muss eine Halterung, die nichts weiter auslöst, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay. Ne, ist das dein Tour? Dann haben wir jetzt einen Geheimgang, weil ich jetzt zu einer geheimen Plattform kommen, oder was? Weil jetzt das... Nee. Scheint mir auch nicht so. Ich meine, kann sein, dass jetzt aufgrund dessen, dass das, äh... Dass dieser Altar mit der speziellen Spirit-Dingengszeit gespickt war. Dass ich natürlich Potter jetzt in Spezialgebäude, in Spezialbereich geführt hätte. Aber das weiß ich nicht. Kann sein, dass ich aber ganz normal schlicht dann auch einfach wieder... Äh, weitergekommen wäre eine Story. Ich kann auch nicht speichern, jetzt nebenbei das mal zu testen. Das ist das Schlimmste in der ganzen Sache. So, dann brauche ich mal eben wieder diese Teile. Ich weiß ja, mein Bestes will nicht, was ich jetzt machen soll mit dem lila-Seroiden-Teil. Schon schlimm. Ich mache es dann beide hier rein. Und gucke, ob ich sie für irgendwer verbinden kann jetzt damit. Was ich aber auch nicht glaube. Sonst muss ich nochmal rüberspringen. Und gucke, ob ich dieses lila-Teil in den Seroiden im Raum hinter den Sitzen reinhauen kann. Das wäre noch eine Idee von mir. Weil da war ja... Müsste auch eine Halterung sein von beiden Richtungen, oder? Müssen wir da mal gucken. Erstmal... Gucken, was passiert, wenn ich es so mache jetzt. Aber da nichts auffällt. Unwahrscheinlich. Züüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Und die beiden auf den Altar wieder rauf. Dann den Altar wieder zwischen die Blitze schieben. Und mit dem Purportteil da drüber springen. Und dann hoffentlich irgendwo befestigt und den Raum rauf machen. Ist echt nicht so leicht hier. Haben wir müssen. Im Prinzip ist es bloß mehr oder weniger Glück, weil ich habe jetzt... Hier ist wenig, finde ich, bisher mit logisch nachvollziehen. Zumindest. Na ja, es ist ein Ebener drüben, ist am Platz. Das ist dann irgendwie schon... Ach, keine Ahnung, was ist ein bisschen mehr Trial and Errors als andere, die das Rätsel, finde ich persönlich. Daher hoffe ich einfach mal, ich habe jetzt das Recht und komme hiermit weiter. Äh! Ich kann damit die rüberhüpfen. Auch jetzt. Klingt doch. Einsetzen. Ich kann es aber nicht einsetzen. Ah. Nein, ich wollte nicht... Hm. Ich kann es aber am besten Willen nicht einsetzen. Das ärgert mich sehr. Und ich werde mal hier drauf... Ja, das ist ganz effektiv. Das ist auch Quatsch. Äh. Was machen wir dem dann jetzt? Hüpf! Hallo? Hüpf jetzt nicht. Geht doch. Nein, hier kann ich auch gar nichts mehr machen. Sagt mir doch, verdammt... Nein. Sag mal. Er springt ja gar nicht über. Er springt ja nur noch über. Das ist auch nervig. So. Was soll ich mit dem Ding dann machen? Ich kann es ja noch nie bei mir einsetzen vorne, aber... Das würde es wohl auch nicht bringen. Das wäre ja schon fast zu leicht. Ne. Was ist jetzt nichts? Wie zu erwarten war. Hier. Auch nichts. Wie auch zu erwarten war. Was soll ich denn bloß tun? Ich meine, das Thema ist nicht mal, dass hier vorne hell... ...was drin ist. Ah. Mal zu die Tür. Ja. Nichts tun. Wollte ich gar nicht. Hm. Was mache ich bloß mit dir? Wo soll ich dich einsetzen, damit irgendwas passiert? Das ist ja überhaupt kein bisschen am Leuchtenasteil. Ich habe keinen Ahnung als Punkt, so wirklich. Das nervt. Auch nichts. Ich will das Geheimnis dieses Tempels haben. Nervig. Ultra nervig. Und wenn ich die beiden am Anfang hier einsetze? Einen links, einen rechts. Hm. So. Schön, ne? Ja. Das ist schon irgendwie nervig, das Rätsel. Ich muss eigentlich nur probieren, was wo reinkommt und wann dann was passiert ist. Das passiert doch überhaupt nichts. Das finde ich total unerträglich. Ich bin sicher, wenn ich die Plattform berühre und dann in den nächsten Bereich fahre, ist das Fällchen im Teppel voll nicht mehr zurück. Dann ist es zu Ende. Aus. Es passiert nichts. Schön. Schön. Sehr schön. Hm. Ich hatte ja schon probiert, das hier rechts einsetzen und das andere links. Das hat ja auch nichts ergeben. Hallo? Tja. Ich bin nach wie vor planlos. Mann, ey. Echt? Was soll eigentlich die Schatzkammer sein, Leute? Das macht so nicht wirklich Spaß. Ich meine... Man ist echt nur im Rum... Nein. Am Hin- und Herlaufen, rein- und rausstecken... Und... Man kommt zu nichts, irgendwie. Tja. Hm. Ja, ne, nochmal mal her, das Ding. Ich weiß ja wirklich nicht, was ich hier tun soll. Das ist einfach... Unglaublich. Nein. Eine letzte Idee gerade, vielleicht. Ich nehme mal das hier. Und schiebe das so rechts... Weit rechts hin wie möglich. Vielleicht berührt er dann irgendwie eine unsichtbare Schnittstelle mit dem... Dingens und dann geht was auf, aber... Auch das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja. Und zwar zu Recht. Ah. Warum passiert denn nichts? Oh, oh, oh. Ich weiß, dass da was zum Einsetzen ist. Muss ja da sogar einer drin sein. Ich habe die anderen irgendwie auch Bücken jetzt zeigt. Ich weiß es nicht. Warte mal kurz. Wenn ich den reinmache... Vielleicht fängt der andere dann an zu leuchten. Nee, sieht mir aus wie immer. Oh, ist das nervig. Allahu. Okay.